Willkommen zur kunterbunten Ponywelt von Mr. Moorgame zu sehen. Ich hab wieder einen komischen Gast dabei. Ich weiß nicht, wieder so eine Nudel. Ja, ganz seltsam. So eine Nudel. Ganz, ganz seltsam. Ich bin Ken. Nein, hier ist die Nudel. Oh, du bist... Moment. So, jetzt ist es wieder da. Ja! Nudel! Nudel! Denkt man, sich zu abonnieren, die beste Lplerin der Welt? Jetzt übertreibt man nicht hier. Du bist viel cooler als ich. Also, wir gehen jetzt in den... Unser Plan ist es, in den Wassertempel zu gehen. Oh mein Gott, der Wassertempel! Da! Auge der Wahrheit! Warum? Warum nicht? Warum? Ja, okay. Ah, mein Pony! Epona! Ich liebe Epona. Ich liebe den Namen Epona. Ich liebe das Pferd. Ich liebe mein Kind Epona. Ja, ich auch. Ich gehe eben zum Amt und lasse den kurzen umbenennen. Ja, hoffe ich. Wenn ich das denn soll, dann kann... Die müssen Epona heißen. Naja. Wie wir in den Wassertempel überhaupt hineingelangen. Das kann ja auch was werden. Wieso gehst du da lang? Warum nicht? Du musst... Oder? Du gehst nach Zoras... Ja, du kannst auch zum Hyliasee und dann, aber da kommst du nicht in Zoras Welt hinein, weil... Du gehst von hier aus hinein. Genau. Aha. Dann kommst du nicht mehr so rein. Ja, weiß ich nicht. Hast du dich schon die goldene oder so Schuppe geholt, damit du die vertauchen kannst? Nö. Dann würde ich das mal tun. Kriege ich die überhaupt noch? Ja, die kriegst du beim Angeln, wenn du den größten Fisch fängst. Ja, das ist ja voll unnötig. Ne, da gibt es was anderes. Da gibt es irgendeine Tasche. Ach nee, genau. Wenn du klein bist, kriegst du diese Schuppe und wenn du groß bist, kriegst du dann... Dann mach ich doch jetzt die extra kleinen Hume in die Schuppe, nur um da zu tauchen. Da reicht meine Schuppe auch hier. Die Schuppe kriegst du auch in Zoras Reich, meine ich. Ne, kriegst du gar nicht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Ja, über mir auch. Ah, lass mich. Aua. Ich hab keine Ahnung mehr. Abkürzung. Ich kling einfach mal über alles rüber. Ja, das ist doch auch von der Flüge. Glück habe ich damals dieses Ding gesetzt. Nein. Ja. Ich hatte gerade einen Leg. So. Ich hab hier nur Legs. Das kommt ja nur so, so. Pick, pick, pick. Oh. Hier kommt das ungefähr an. Aber ich sehe ja trotzdem, dass es ist und so. Ach, hier ist das Ding wieder? Das ist nur eine Blödsleitung. Ja, hier ist es. Blah, 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 blah. Ich bin schon... Äh, schon oft. Nicht schon wieder dieses Lied. Nicht schon wieder bei dir. Der Melodie. Ich bin nicht schon wieder. Ja, geh jetzt hinein da. Hopp. Hopp. Ja, wir wissen es. Uhu, Wasserfall. Uhu. Komm, wie lange baut man... Ja, geht doch. Lopp. Zoras rein. Oh, hier ist alles tiefgefroren. Richtig. Deswegen kommt man auch über den Hüliasee nicht da rein. Hier ist ja alles tiefgefroren. Ich wiederhole mich. Das erste, was ich mache, ich gehe zu dem komischen König. Das ist eine gute Idee. Du brauchst nämlich hier auch noch die blaue Rüstung. Ja, wenn der Dicke da noch sitzt. Hallo. Ne, er ist eingefroren. Ja, du müsstest da eingefroren sitzen. Genau. Ich denke mal, ich brauche Feuer. Bestimmtes Feuer. Ja, ich nehme das Feuer. Du brauchst ja, du brauchst nämlich noch ein Relikt. Nein, ich nehme das Feuer. Ende. Das geht aber nicht. Das ist Feuer. Das geht nicht. Ich will es aber probieren. Das geht aber nicht. Okay, das reicht. Hast du eigentlich schon Feuerpfeile? Nein, ne? Nein, muss ich überhaupt nicht sehen. Du musst an den dicken Fischkopf vorbei. Du brauchst nämlich blaues Feuer. Und noch ein Item. Ein wichtiges. Das ist sehr wichtig. Aus dem Wichtiger. So. Ah, jetzt da hinten, da war doch der komische Pottwal, der mich aufgefressen hat. Genau. Ich glaube, der lebt nicht mehr, ne? Nein. Oh, er ist weg. Wer hätte das gedacht? Zurasquelle. Und Eis. Ah, ne, die Feuerpfeile kannst du auch noch gar nicht haben. Das stimmt. Ah, ich glaube, ich muss durch so eine Eishöhle. Genau. Oh, ne, sag ich jetzt nicht, jetzt kommt erst die Eishöhle. Erst die Eishöhle. Da, 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 da ist ein Herzcontainer. Da draußen ist ein sehr wichtiges, notwendiges Item. Da ist ein Herzcontainer. Ja, dann hol ihn dir. Und feinlich nicht. Weiter nicht daneben. Nein. So kommst du da nicht doch fast, ja, fast, ja. Ich weiß nicht, ob du so da hochkommst. Ich schätze, nein. Nein. Aber hier, die Eishöhlen, die bewegen sich ja komisch. Ja. Die drehen sich ja. Oh, ich kann aber auf die Eishöhle rauf. Wie genial. Spring. Ich komme. Ja. Ja. So. Ja, da. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Aus dem Weg krieg ich sehr nix. Na, ich glaub, hier ist sie irgendwo. Hast du Eispfeile? Ich hab gar nichts an Pfeilen, weil ich noch nichts bekommen habe. Eispfeile, wo kriegt man die noch? Ich krieg die sicher in der Höhle oder so. Das, glaub ich. Ja, was krieg ich sicher? Oder muss ich die ja kriegen, weil sie wichtig sind? Ich weiß, was du auf jeden Fall kriegst, aber ich glaube nicht, dass es die Eispfeile ist. Naja, erstmal hier ist die Höhle, so. Also, ja genau, weil zwei wichtige Items in einem Dungeon, das... Soweit ich weiß, ist in der Eishöhle auch ein Herzcontainer irgendwo. Ja. Ja, das, ja. Ich weiß aber nicht mehr so. Oh, hier ist auch was eingefroren. Genau. Aha, wie ich sofort wusste. Gewalt! Oh, schade. Mit Gewalt funktioniert das leider nicht. Ah, das ist aber mein Lieblingstechnik. Gewalt! Ach, ich weiß, ich weiß, ich allein. Also... Es ist da, ne blaue Münze. Oh, hier sind so Eisstatuen. Genau. Die gehen kaputt. Die gehen kaputt. Aua. Aua, eingefroren. Die gehen kaputt. Gewalt! Da wird so bekloppt, ey. Wir haben keine Schaut. Oh, Mann. Gib mir einen Hammer auf Doom, ey. Los, komm her, ich schläg dich kaputt. Jetzt aber. Ich schläg dich auf den Fahrrad. So, alle kaputt. Wie viele Flaschen hast du eigentlich? Flaschen? Flaschen. Zwei. Ah, da musst du ein paar mal hin und her rennen, auf jeden Fall. Ah, toll. Du brauchst nämlich viel blaues Feuer. Ich steck mir denn blaues... Ach, egal. Was ist denn das für schönes... Was sind denn das für komische Rubine, die hier sind? Ach ja, die Rubine musst du einsammeln. Sowas wie, sammle alle roten Münzen in Super Mario. Genau. Ach du Scheiße. Nur, dass du dann keinen Stern kriegst. Sondern sich irgendwas öffnet. Es dringt die da oben, was? Nein, es ist ein Goldhuller. Soll ich die töten? Ja, wenn du die sammelst, ja. Und wie soll ich da oben jetzt ankommen? Ähm, Greifhacken, den hast du noch nicht, ne? Natürlich, sind wir doch nicht in den Waldtempel gekommen. Ach doch, klar. Sind wir doch niemals in den Waldtempel gekommen. Ja, da hab ich jetzt was verhauen. Ja, Visier an. Geht doch. So, jetzt warte ich, bis hier die komischen Segel wieder weg sind. Ah, ich muss da irgendwie oben raus. Wie komm ich denn? Aua! Ja, lauf doch nicht rein. Das war aus Versehen. Du Schwein. Er hat angefangen. Er hat angefangen. In der Zeit wird nicht auch in Zersicht. Schneller. Danke. Und hier hoch.